Schülerin, guten Tag, liebe Eltern, liebe interessierte Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Michael Welleber. Ich darf Sie, ich darf Euch, liebe Schüler, recht herzlich begrüßen bei uns an der Tourismusschule. Ich werde Euch jetzt in den nächsten 30 Minuten etwa unsere Schule näher bringen. Liebe Eltern, bitte verzeihen Sie gleich zu Beginn, dass ich mich eher an die interessierten Schülerinnen und Schüler wende und daher auch die Du-Form benutzen werde. Wir sind eine Privatschule der Wirtschaftskammer im Wifi St. Pölten. Was heißt das? Wir sind eine Privatschule der Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer ist unser Schulerhalter und als Privatschule haben wir natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler mehr zu bieten. Das heißt, unsere Schlagworte individuell, intensiv und besonders möchte ich Euch jetzt etwas näher bringen. Wir gehen individuell auf die Bedürfnisse und Interessen unserer Schülerinnen und Schüler ein. Das heißt, auch wenn es einmal nicht so gut bei Dir läuft, dann wirst Du ebenfalls von uns sehr gut betreut. Wir fördern auch Einzeltalente, im Beispiel jetzt Showbarkeeping oder Sprachwettbewerbe. Das heißt, wenn Ihr zu irgendwelchen Bewerben fährt, dann übernehmen wir die Reise- bzw. Hotelkosten bzw. wir begleiten Euch auch zu den Wettbewerben und betreuen Euch vor Ort. Wir bieten eine sehr intensive Betreuung unserer Schüler an. Das heißt, die Intensität an unserer Schule ist sehr hoch. Das Ergebnis allerdings kann sich natürlich sehen lassen und Du wirst auf besondere Jobs und auch natürlich auf die Selbstständigkeit bestens vorbereitet. Das heißt, nach der Schule bist Du fit für viele Dienstleistungsberufe und natürlich auch über den Tourismus hinaus. Was bei uns an der Schule ganz besonders ist, ist natürlich diese kleinere Klassengröße. Das heißt, bei uns in einer Klasse sind maximal 24 bis 26 Schüler und in den praktischen Gruppen maximal 12 Leute. Weiters wirst auch Du während des Sommers, während der Praxis Arbeit bestens betreut. Ich möchte Euch jetzt im Anschluss unsere beiden Schultypen vorstellen. Ich beginne mit der höheren Lehranstalt für Tourismus. Durch diese Fähigkeiten, durch diese besonderen Mehrleistungen unserer Schüler sind natürlich die Absolventen kommunikativer, selbstständiger und natürlich in diesen Dienstleistungsberufen besser geeignet und durch diese duale Ausbildung vielseitig einsetzbar. Wir haben zwei Schultypen in einer Schule. Wir haben zum einen die HLT, die höhere Lehranstalt für Tourismus, die fünf Jahre lang dauert und mit der Reife- und Diplomprüfung endet. Auf der anderen Seite haben wir die dreijährige Fachschule für Tourismus unter dem Schlagwort So schmeckt Schule. Die dauert drei Jahre und endet mit der Abschlussprüfung. Ich werde Euch jetzt beide Schultypen vorstellen und beginne mit der HLT, mit der höheren Lehranstalt für Tourismus. Natürlich gibt es auch hier einige Eingangsvoraussetzungen. Das heißt, kommst Du aus einer AHS und hast einen positiven Schulabschluss, so ist keine Aufnahmeprüfung notwendig. Gegenstände, die nicht weitergeführt werden, so wie zum Beispiel Latein oder Musik, zählen hier nicht. Kommst Du aus einer Mittelschule und wirst in den Hauptgegenständen nach dem Lehrplan Standard AHS unterrichtet oder in den Hauptgegenständen im Lehrplan Standard AHS unterrichtet und hast ein sehr gut oder ein gut, auch dann ist keine Aufnahmeprüfung notwendig. Kommst Du aus einer Mittelschule und wirst in den Hauptgegenständen nach dem Standard Lehrplan AHS unterrichtet und hast ein befriedigend oder ein genügend, dann ist bei uns an der Schule eine Aufnahmeprüfung notwendig. Zu den Qualifikationen der höheren Lehranstalt für Tourismus. Wenn Du diese Schule besuchst, dann kommst Du zu einer Gleichhaltung bzw. Anrechnung des Lehrabschlusses für gleich fünf Berufe. Das heißt, wenn Du unsere Schule abgeschlossen hast, dann gilt das gleichwertig mit dem Lehrabschluss des Kochs, der Köchin, des Restaurantfachmanns, der Restaurantfachfrau, des Hotel- oder Gastgewerbeassistenten, Gastgewerbeassistentin, des Reisebüroassistenten, der Reisebüroassistentin oder auch des Bürokaufmanns oder der Bürokauffrau. Weiters kommt es zum Ersatz der Unternehmerprüfung und der Gastgewerblichen Befähigungsprüfung. Das heißt, ab dem 18. Lebensjahr ist der Schritt in die Selbstständigkeit möglich. Das heißt, Du brauchst keine Konzessionsprüfung. Natürlich endet auch diese höhere Lehranstalt für Tourismus mit der Reife- und Diplomprüfung. Das heißt, durch die Matura hast Du beste Voraussetzungen für einen direkten Berufseinstieg. Und auf der anderen Seite natürlich stehen Dir alle Türen und Tore an den Universitäten und Fachhochschulen offen. Bei uns sind zwei Punkte. Zum einen Food Design und Entertainment, zum anderen digitales Marketing. Ich möchte jetzt ein bisschen diese beiden Zweige vorstellen. Food Design wird ein sehr moderner Begriff, ein sehr modernes Schlagwort, wird übersetzt in etwa mit Lebensmittelgestaltung. Hier geht es um spezielle Kochtechniken, um die Ernährungstrends. Es geht darum, dass die Aufgabe eines Food Designers ist, Essen, Tourismus, Design und Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Und im Bereich Entertainment hast Du auch Bar und Flair-Tending, sowie natürlich dieses Entertainment. Bei uns in der Schule ist Bar und Restaurant Magic im Lehrplan verankert. Unser Herr Direktor ist selbst hobbymäßig leidenschaftlicher Zauberer, hat beste Kontakte zu den Weltstars Tommy Ten und Amelie Fantas. Amelie Fantas ist übrigens auch eine Absolventin unserer Schule. Die beiden kommen regelmäßig zu uns an der Schule, arbeiten hier auch mit unseren Schülern. Und Du findest auch bei uns auf der Homepage, das zeige ich Dir später, einige Videos zu Tommy Ten und Amelie. Da waren wir schon beim Schlagwort. Ich möchte Dir jetzt ein kurzes Video zeigen zum Bereich Food Design. Wenn Du bei uns auf der Homepage www.tourismusschule.stp.at klickst, hast Du auf der rechten Seite diesen Reiter für Interessenten. Und Du findest unter TMS Videos, unter anderem auch diese Videos mit Tommy Ten und Amelie Fantas und weitere spannende Videos. Ich möchte Dir jetzt ein kurzes Video über den Bereich Food Design und Entertainment zeigen. Nun zum Digital Marketing. Dieses Video, das Du gerade gesehen hast, wurde von Schülern als Projektarbeit im Bereich Digitales Marketing produziert. Digitales Marketing, worum geht es hier? Hier geht es um die Erforschung von Kundenwünschen, um die verschiedensten Befragungstechniken, um die Erstellung von Inhalten, um für jeden Wunsch das perfekte Angebot zu erstellen. Und natürlich auch um die Verteilung an die Kunden, das heißt, um die Zielgruppe zu erreichen durch den Einsatz von modernsten digitalen Medien. In beiden Schwerpunkten hast Du zwei Fremdsprachen. Zum einen natürlich Englisch und als zweite lebende Fremdsprache wahlweise Italienisch, Französisch oder Spanisch. Fremdsprachen sind natürlich im Bereich des Tourismus immens wichtig. Ich hoffe, ich habe es eingangs erwähnt, ich bin selbst Französischlehrer hier an der Schule und worauf wir Sprachenlehrer hier besonders stolz sind, ist natürlich die hohe Qualität an unserer Schule in den Sprachen. Wir haben seit Jahren bei den Fremdsprachenwettbewerben in Niederöse beste Erfolge und wir gewinnen seit Jahren regelmäßig diese Fremdsprachenwettbewerbe. Wir stehen nicht nur am Treppchen, sondern auch hier noch ganz oben. Natürlich im Tourismus, wie gesagt, Fremdsprachen immens wichtig. Weiters kannst Du auch bei uns in der Schule diese betriebswirtschaftliche Ausbildung genießen, sowie eine breit gefächerte Allgemeinbildung. Betriebswirtschaftliche Ausbildung natürlich Fächer wie Rechnungswesen oder BVB, breit gefächerte Allgemeinbildung, Fächer wie Biologie, Geografie, Geschichte und politische Bildung. Weiters, wie gesagt, die Gleichhaltung mit mehreren Lehrberufen, das haben wir bereits erwähnt und Du hast auch während der Schulzeit viel Praxis bzw. das Pflichtpraktikum. Ich werde Dir gleich ein bisschen etwas dazu erzählen. In beiden Schwerpunkten ist am Ende natürlich dann die standardisierte Reifeprüfung in den Sprachen und in Mathematik. Nun zum Praktikum. Unsere Schüler lernen vom ersten Schultag an echten Gästen. Das heißt, an anderen Schulen bedienen Schüler die Mitschüler, bekochen die Mitschüler. Bei uns an der Schule hast Du im Betriebspraktikum vom ersten Tag weg die Möglichkeit, an echten Gästen Dich zu beweisen. Das heißt, in der Küche, im Lehrrestaurant und wir haben auch ein eigenes Lehrhotel, den Schweighof, wo Du auch an der Rezeption und auch im Zimmer Praxis sammeln kannst. Das praktische Arbeiten ist bei uns in der Schule vorgesehen vom ersten bis zum vierten Jahrgang. Das heißt, immer in den Ferien in ausgewählten Tourismusbetrieben. Das heißt, 32 Wochen insgesamt vor dem Eintritt in den fünften Jahrgang. Vor der fünften Klasse, wie gesagt, diese 32 Wochen. Anders gesagt, viermal zwei Monate während der Ferien in der Zeit zwischen Mitte Juni bis Mitte September. Das heißt, Du hast drei Monate keine Schule, drei Monate schulfreie Zeit und davon arbeitest Du zwei Monate in ausgewählten Tourismusbetrieben. Wir bieten Dir natürlich auch die Möglichkeit, die Unterstützung, einen Tourismusbetrieb zu finden. Wir haben beste Kontakte zu vielen Betrieben, nicht nur in Österreich, auch über Österreichs Grenzen hinaus. Und wir unterstützen Dich auch während der Ferien. Ich darf Dir jetzt einen Schüler vorstellen an unserer Schule, den Sebastian Heindl, den ich an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen möchte. Sebastian war voriges Jahr Schulsprecher und Sebastian hat vor wenigen Wochen den Fallstaff Young Talents Wettbewerb in der Kategorie Bar-Kippen gewonnen. Darauf sind wir besonders stolz. Sebastian, super gemacht. Vielen Dank, dass Du Dich jetzt bereit erklärst, ein bisschen was über ein Praktikum zu erzählen. Bitte, Sebastian. Grüß Gott, sehr gerne. Also, ich werde Dir jetzt kurz etwas über mein Lieblingspraktikum in den letzten fünf Jahren berichten, nämlich mein Praktikum im Sanssou-Sie Wien. Mein Praktikum im Sanssou-Sie Wien, ich muss Ihnen sagen, das war wirklich etwas sehr, sehr Besonderes und ein wirklich gutes Gefühl im Sanssou-Sie arbeiten zu dürfen. Es war vom Bewerbungsverfahren bis hin zum Ende des Praktikums eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Kurz zum Bewerbungsverfahren. Und es ist darum gegangen, dass man sich selber unter Beweis stellt mit allen anderen Kandidaten, die auch dort als Praktikum machen wollen. Als ich dort hingefahren bin zum Sanssou-Sie, habe ich mir gedacht, das werden sich drei, vier andere Bewerber sein. Das sind im Endeffekt nur 70 Mitbewerber. Und da war ein kleiner Schockmoment direkt vor Ort. Ich habe mich dann aber durch die Ausbildung von der Tourismusschule in der zweiten Klasse, also da habe ich erst zwei Jahre servieren gehabt, sehr, sehr gut durchsetzen können. Und habe mich im praktischen Teil sehr dominiert und deswegen im Endeffekt dann ins Praktikum erhalten und die Möglichkeit geschenkt bekommen vom Sanssou-Sie, dort in diesem Team zwei Monate mit dabei zu sein. Und das ist wirklich im Sanssou-Sie, das ist echt das einzigartige Gefühl gewesen, dass man auch als Praktikant wirklich in diese Familie reingehört und als Praktikant extrem hochwertige Arbeitsaufträge bzw. Aufgaben hatte im Sanssou-Sie. Ich habe, glaube ich, nach zwei Wochen, da war ich 16 Jahre alt noch, nach zwei Wochen habe ich eine gesamte Frühstückstation alleine leiten dürfen. Und das ist eine ziemlich, ziemlich große Herausforderung gewesen, aber die war wirklich sehr gut, sehr gut gemeistert und es hat extrem Spaß gemacht. La Sanssou-Sie ist ein Fünf-Sterne-Luxus- und Boutique-Hotel, also da muss wirklich alles passen und es war wirklich extrem, extrem schön. Also ich kann nur jedem empfehlen, wirklich Praktikum zu machen und auf der Tourismusschule St. Költen die Ausbildung zu genießen. Das ist wirklich Wahnsinn und es bringt einem sehr, sehr viel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe wieder weiter an den Herrn Kollegen. Sebastian, vielen Dank für deine Ausführung. Sehr gerne. Dankeschön, Sebastian. So, ich darf euch jetzt die Fachschule vorstellen. Die Fachschule unter dem Schlagwort So schmeckt Schule. Und ich würde auch hier gerne mit einem kurzen Video beginnen. Wie gesagt, dass du auch bei uns auf der Homepage www.tourismenschule.stp.at findest. Wachst. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann sind vier Monate schulfreie Zeit, wo das praktische Arbeiten in den Tourismusbetrieben vorgesehen ist. Und zwar von der ersten bis zur dritten Klasse. Das heißt, wiederum insgesamt 24 Wochen vor dem Eintritt in die dritte Klasse. oder anders gesagt zweimal drei Monate von Mitte Mai bis Mitte September. Das heißt, du hast vier Monate schulfreie Zeit, von denen du drei Monate in den Tourismusbetrieben arbeitest. Ich darf dir jetzt etwas ganz Spannendes erzählen. Und zwar bei uns in der Schule gibt es auch in beiden Schultypen Zusatzausbildungen, die bei uns in der TMS angeboten werden. Diese Zusatzausbildungen, die ich dir gleich näher bringen werde, gibt es natürlich auch im Wifi zum Beispiel zu absolvieren. Die kann man auch privat machen. Die allerdings sehr, sehr, sehr viel Geld kosten, diese Zusatzausbildung, weit über 1000 Euro. Bei uns an der Schule sind diese Zusatzausbildungen gratis. Das Einzige, was auch hier zu bezahlen ist, sind die Prüfungsgebühren. Da kommt ein externer Prüfer. Das ist natürlich auch, wenn man es privat machen würde. Welche Zusatzausbildungen hast du bei uns an der Schule angeboten? Da gibt es in der vierten und fünften Klasse der HLT das sogenannte Cambridge Advanced First Certificate. Das heißt, eine Art Qualifikation, eine Art Zusatzqualifikation, eine Bescheinigung, die dir ein gewisses Niveau in der englischen Sprache bescheinigen. Weiters gibt es bei uns auch in der zweiten höheren Lernstatt für Tourismus den ECDL, diesen europäischen Computerführerschein. Du hast auch die Möglichkeit, in der ersten Klasse in der drei- und in der fünfjährigen die Ausbildung zum Kaffeeexperten zu machen. Ich selbst liebe auch Kaffee und für mich ist es immer sehr spannend, mich mit Schülern zu unterhalten, die dann über die Anbaugebiete, über die Kaffeesorten, über die Kaffeetraditionen, gerade in Österreich gibt es so viele verschiedenste Kaffeesorten, Kaffee-Traditionen, Kaffee-Variationen und das ist ein sehr, sehr spannendes Fach als Zusatzqualifikation. In der zweiten Klasse, ebenfalls in der drei- und fünfjährigen, hast du die Ausbildung zum Käsekenner. Käsekenner natürlich, Hartkäse, Weichkäse, diese verschiedensten Käsesorten, wozu, zu welchem Gericht passen diese Käsesorten, auch hier natürlich diese Zusatzqualifikation. In der dritten Klasse hast du dann die Möglichkeit zum Jung-Sommelier, zur Jung-Sommelier. Jung-Sommelier hast du bestimmt schon einmal gehört. Da geht es um die Qualifikation und das Fachwissen, alles um das Thema Wein. Welcher Wein passt zu welchem Gericht? Sommelier gibt es natürlich auch in vielen, vielen Top-Gasthäusern, Restaurants und das kann natürlich dann auch das Zünglein an der Waage sein, was vielleicht das Praktikum anbelangt oder vielleicht auch später den Eintritt ins Berufsleben, wenn du eine dieser Zusatzqualifikationen belegt hast. Weiters hast du die Möglichkeit in der vierten Klasse zum Jung-Bar-Keeper. Jung-Bar-Keeper oder Jung-Sommelier wahlweise wird auch in der Dreijährigen bei Bedarf angeboten. Jung-Bar-Keeper heißt, viele unserer Schüler arbeiten in Bars, viele Hotels haben eine eigene Hotelbar. Wir haben wirklich einige Schüler, die schon sehr, sehr, sehr erfolgreich in den verschiedensten Hotelbars in Österreich gearbeitet haben und auch später dann im Berufsleben auf diesem Top-Niveau weitermachen. Eine weitere Ausbildung im fünften Jahrgang der HLT ist die Ausbildung zum Catering-Experten. Catering, diesen Ausdruck kennst du bestimmt. Ein Caterer veranstaltet große Events wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Hochzeiten. Du gehst um die Organisation, um die Planung, um die Speisen, um wie man so ein Event bestmöglich gestalten kann. Und ganz neu auch bei uns in der Schule, ebenfalls im fünften Jahrgang, die Ausbildung zur vegan-vegetarisch geschulten Fachkraft. Das heißt, hier geht es darum, Ernährungstrends der österreichischen Küche neu, sprich fleischlos zu interpretieren. Eine zusätzliche Ausbildung, die klassenübergreifend gewählt werden kann, das ist ein Freifach über alle Klassen, ist die Ausbildung Flair-Tending und Entertainment, WFA. Diese Showbarkeeper und dass du dir etwas besser vorstellen kannst, was hier unterrichtet wird, das möchte ich dir ebenfalls jetzt in einem kurzen Video zeigen, das man ebenfalls bei uns auf unserer Homepage findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt hast du einige Eindrücke zum Showpark-Hippen bekommen und je nach Talent kannst du ähnlich einem Gürtelsystem im Judo oder Karate verschiedenste Farben hier erreichen. Grün würde bedeuten schon fast auf Profi-Niveau und wir haben wirklich sehr erfolgreiche Schüler, die dann dieses Showpark-Hippen auch weiterhin betreiben. Bei uns an der Schule gibt es natürlich auch Schulveranstaltungen. In der HLT und in der Fachschule steht im ersten Jahrgang eine Wintersportwoche, sprich Skikurs auf dem Programm. Ich war selbst schon ein paar Mal mit, ist mir ein irrsinniger Spaß, fördert natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Schülern, Schüler, Lehrer. Also wirklich ein Top-Event im ersten Jahr-Highlight der Skikurs der Wintersportwoche. Im zweiten Jahrgang für die HLT und auch für die Fachschule, natürlich abhängig vom Schulschluss, ist dann die Sommersportwoche. Die Sommersportwoche findet meistens in Kroatien statt. Im dritten Jahrgang findet dann eine Sprachreise nach England statt, in der HLT und auch in der Fachschule. Bitte, wenn ich jetzt vom Ausland spreche, natürlich dann Corona-bedingt unter Anführungszeichen, Sie wissen, was ich meine. Im vierten Jahrgang kommt es dann zu einer Sprachreise natürlich nur in der HLT in das Land, dessen Sprache du gewählt hast. Das heißt, entweder nach Italien, Frankreich oder nach Spanien. Und hier ist es mir auch als Sprachlehrer immer ein besonderes Anliegen, auch diese duale Ausbildung während der Sprachreisen zu präsentieren. Das heißt, ich nehme sehr gern einen Kollegen, eine Kollegin aus der Praxisabteilung mit, um natürlich dort für mich den theoretischen, den sprachlichen Input zu geben. Wir gehen sehr viel auf Märkte und die Praxiskollegen können natürlich dann top berichten, welche Spezialitäten, welche Ernährungstrends, welche Zutaten hier im jeweiligen Land besonders gefragt sind. Und wir machen sehr oft zum Beispiel in Frankreich ein, wir gehen auf den Markt, kaufen Spezialitäten, machen dann ein Picknick, kosten. Und das ist immer wirklich ein Highlight, genauso in Italien oder auch in Spanien. Kommen wir nun zum Kostenbeitrag. Der Kostenbeitrag an unserer Schule schaut folgendermaßen aus. In der 5-Jährigen sind 10 Teilbeträge a 195 Euro pro Jahr zu entrichten und in der 3-Jährigen 9 Teilbeträge zu 195 Euro ebenfalls pro Jahr. Was beinhaltet der Kostenbeitrag? Da ist dabei die ganze gesamte Infrastruktur. Wenn wir jetzt in der Schule wären, was ja eigentlich der Sinn von so einem Informationsvortrag ist, dann würden Sie unsere top ausgestatteten Klassen sehen mit Hightech und Beamer und Laptop und, und, und. Also das ist wirklich ein Vergnügen auch für uns Lehrer hier bei uns an der Schule zu arbeiten. Weiters ist dabei der gesamte Wareneinsatz für den Kochunterricht. Das heißt, noch einmal bei uns in Kleingruppen dieser Praxisunterricht, maximal 12 Personen in den praktischen Gruppen. Jeder Schüler hat seinen eigenen Kochplatz. Ihr müsst euch den Kochplatz nicht, wie es in anderen Schulen ist, teilen. Ihr müsst auch nicht die Waren selbst besorgen. Sprich, in anderen Schulen bekommt ihr eine Einkaufsliste, dann gibt es wieder etwas, nicht, dann habt ihr noch etwas vergessen. Die Waren liegen auf eurem Kochplatz, auf eurem Arbeitsplatz. Und dieser gesamte Wareneinsatz ist auch hier inkludiert. Ebenfalls die Kopierkosten. Ihr kennt das vielleicht von anderen Schulen. Da sagt der Geschichtelehrer, geh, kriege ich nur 1,50 Euro für die Kopien. Und der Biologielehrer möchte noch 1,38 Euro. Und ja, bei uns sind diese Kopierkosten dabei. Ebenfalls inkludiert bei uns sind Kosten für Exkursionen. Diese Kosten sind teilweise auch dabei. Manchmal ist ein kleiner Selbstbehalt noch zu entrichten. Oft zahlt die Schule zum Beispiel den Bus für diese Exkursionen, die auch bei uns in der Schule normalerweise stattfinden kann oder bedingt momentan natürlich auch sehr eingeschränkt. Und ich habe bereits erwähnt, die Kosten für diese Zusatzausbildungen. Das heißt, ihr werdet von unseren geschulten, bestens geschulten Kollegen auf diese Zusatzausbildungen vorbereitet. Und ein externer Prüfer kommt dann in die Schule und ihr müsst nur mehr dann die Prüfung ablegen und diese geringe Prüfungsgebühr bezahlen und nicht diese tausenden Euro, wie es vielleicht privat im Wifi oder an anderen Institutionen zu entrichten wäre. Ich darf euch auf unsere Infotage verweisen. Und zwar sind geplant bei uns in der Schule sogenannte Guided Tours. Für den Jänner 2021 Guided Tours, wo ihr im Schulgebäude natürlich dann auch von unseren Schülern geführt werdet. Ihr könnt euch unsere Klassenräume anschauen. Normalerweise, wenn wir jetzt in der Schule wären, würde ich dir auch jetzt die Lehrküchen zeigen, die Servierräume zeigen, ich würde dir die Klassenräume zeigen. Das kannst du hier bei unseren Guided Tours, zu denen ich dich sehr herzlich einladen möchte, sehen. Und zwar für den Jänner 2021, für Freitag sind wir bereits für den 8. Jänner bereits ausgebucht. Für den 15. Jänner haben wir auch schon zwei Termine ausgebucht. Aber wir haben noch freie Termine für 16 und 17 Uhr und weitere Termine natürlich findest du auf unserer Homepage. Beziehungsweise kannst du auch noch andere wichtige Informationen im Sekretariat bei uns einholen. Und unser Sekretariat wirklich top betreut. Ich kenne kein anderes Sekretariat, das so perfekt funktioniert wie bei uns an der Schule. Bei uns an der Schule dieses gelebte Miteinander, das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt unter den Lehrern ist, ob das jetzt mit dem Direktor ist, mit den Eltern. Also dieses persönliche Gespräch ist uns in der Schule ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, das sagen wahrscheinlich viele Schulen, aber bei uns wird diese Persönlichkeit besonders gelebt. Und wenn du oder wenn eure Eltern im Sekretariat anrufen, dann bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack, was hier dieses persönliche Gespräch anbelangt. Nutzt auch die Möglichkeit eines Schnuppertages. Das heißt, wenn möglich, meldet euch im Schulsekretariat an. Ihr bekommt dann für diesen Tag einen eigenen Stundenplan, wo ihr natürlich dann auch Fächer seht, die ihr sonst nicht habt, sei es jetzt kaufmännische Fächer oder natürlich auch Kochunterricht oder Sevierunterricht. Oder natürlich, wenn ihr sagt, ihr interessiert euch für diese oder jene Fremdsprache, dann werden wir natürlich auch einen Tag finden, wo du bereits in den Unterricht mitgehen kannst, um auch einen Vorgeschmack auf diese Sprache zu bekommen. Die Schulanmeldung ist ab sofort möglich. Die offizielle Anmeldefrist läuft noch bis zum 19. Februar. Das heißt, informieren Sie sich bitte bei uns im Schulsekretariat und auch auf unserer Homepage www.tourismusschule.stp.at. Abschließend möchte ich euch jetzt noch ein Video zeigen. Das ebenfalls auf unserer Homepage zu finden ist. Das heißt, wir müssen uns auf unserer Homepage zu finden. Das heißt, wir müssen uns auf unserer Homepage zu finden. Ja, wir müssen uns auf unserer Homepage zu finden. Musik Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit, für ihre Aufmerksamkeit, liebe Eltern. Ich würde mich sehr freuen, Sie direkt bei uns an der Tourismusschule in Wiefers und Pölken begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe interessierte Schülerinnen und Schüler. Und ich würde sehr freuen, euch bei uns an der Schule begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich nochmals und auf Wiedersehen.